Das sind Bilder aus der vergangenen Nacht schon, sozusagen das Warmlaufen dieser Szene für diesen Tag heute. Die Polizei hat hier schon weiträumig abgesperrt. Wir sehen hier Teilkräfte der Beamten. Hier werden die Barrikaden gerade abgerissen. Die Polizei fängt schon an, Leute festzunehmen, wie wir auf der Seite sehen. Wir sehen hier, dass die Lage gerade komplett eskaliert. Es wurden erste Demonstranten festgenommen, auf dem Boden gehalten. Mittlerweile sind schon über zehn Besetzer abgeführt worden, festgenommen, aus diesem Gelände herausgebracht worden. Die Polizei hat angefangen, Pfefferspray einzusetzen, weil die Demonstranten angefangen haben, die Barrikaden runterzureißen. Die Polizei, die rechnet mit Gewalt und mit Ausschreitungen. Es sind mehrere dezentrale Aktionen jetzt über den Tag verteilt angekündigt. Ich glaube, man sieht so langsam, die Schlacht scheint mehr oder weniger verloren, auch wenn sie nicht kampflos aufgegeben wird. Die Polizei hat drei Stunden vorgelegt. Die Polizei hat plötzlich eingut